Den merke ich. Was gibt der mir dann? Ja, er ist halt dem Indischen Reich begegnet. Okay. Ja, Mega Erde. Ja, servus. Moin moin. Sag dir aber auch guten Gruß von mir, gell? Was passiert jetzt? Was jetzt passiert? Wundervollendet. Der Spieler hat ein Wundervollende. Koloss? Okay. Koloss. Ähm, wo mache ich denn hin mit dem Kerl? Da lang. Tja. Oh, da hat der Alex einen großen Wissenschaftler. Der Charles Darwin. Ajo, der Charles Darwin. Der alte Ajo. Der alte Ajo, sagt er noch. Wir bauen ein Monument. Ich habe noch einen bekommen. Den Alfred Nobel. Wenn du... Ich habe zweimal Heurika bekommen. Geil. Das erfreut mich. Also, Soul wächst gerade richtig gut an. Ich habe es irgendwie geschafft, diesen Ort wirklich umzupolen gerade. oder? Äh, so. Den Charles Darwin muss ich weiter nördlich bringen. Ich weiß nicht. Komm. Wir machen das jetzt risky. Ich muss den halt Richtung Norden bringen. Ich darf nur keinem Barbaren begegnen, sonst ist er weg. Mhm. Und dort bekomme ich... Was bekomme ich? Ich glaube... Apples Punkte. Und das wäre richtig nice. Mhm. Mhm. Unsere Allianz... Ist noch nicht hier, ne? Ja. Oh. Ich bin noch jemanden begegnet. Ah, jetzt kommt's. Sküten. Sküten, okay. Sküten, okay. Oder so, ja. Oder Sküten, oder keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Sküten, Sküten sei ich. Hayos halt, ne? Ja, genau. Die dürfen dann da weiter rennen. Während der Schaltz grad mal Vollgas gibt. Oh, das ist fertig. Geil. Ähm. Da hin. Ich kann hier ernsthaft die Golden Gate machen. Geilala. Oh, neuer Siedler. Mein neuer Siedler. Mhm. Mhm. Guck mal hier ein Unter... Oh. Strick am Pleck. Komm, wir hauen jetzt richtig einen raus. Aber richtig. Aber richtig. Aber richtig. Okay. Die Stadt wird jetzt... Ich glaub echt, die Barbaren waren einfach nur so'n scheiß Überbleibsel. Ja, irgendwo werden die wahrscheinlich noch rum... rumtouren. Aber... Wo ist die Frage, ne? Baumwolle. Ach Gott. Die Städte werden hier florieren. Wie sagt ihr? Meine Städte werden florieren. Ich hab endlich meine Handelsroute. Also ein... Großer Wissenschaftler. Hast du erhalten? Ja. Albert Einstein hab ich. Nee. Krieg. Ich will Albert Einstein. Mein Gott. Wie läuft's jetzt aber hier jetzt? Wo ist denn der... Händler? Ach, der kommt da erst. Stimmt, der muss ja paar Routen neu machen. Hm. Okay, ich weiß schon mal, wo die Hauptstadt von den... Sküten oder wie auch immer die heißen sind... ist. Hauptstadt, okay. Sind wir ja schon mal einen Schritt näher. Sehr weit... Sehr weit im Ästen. Sehr weit im Ästen. Oh, du führst sehr gut Religionskrieg an. Gott, Alter. Ich hab sechs Gesandte und ich weiß nicht wohin mit denen. Ja, wir haben viel zu wenige Stadtstaaten, habe ich das Gefühl auch. Ja. Obwohl ich eigentlich schon viel eingestellt habe, aber... oder wir finden halt niemanden. Ja. Naja, wir müssen mal gucken. Vielleicht ist die Welt einfach so riesig. Ja, das glaube ich mittlerweile auch. Was natürlich mal ein cooles Experiment ist, wie es jetzt weiterlaufen kann. Oh, aber die Allianz ist abgelaufen. Ah, jetzt können wir ja mal gucken, ob wir was Neues machen können. Sehr schön. Zack. Au. Sehr schön. Ich kann noch eine Stadt bauen. Ich glaube, ich geh mal in die Richtung. So. Tiggi, du kommst mal da hin zurück. Schön. Oh, da brauche ich auch einen Handwerker. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Oh Gott. Ich bin gar nicht hinterher mit dem ganzen Zeug bauen. Zeug bauen. Zeug bauen. Zeug. Warte mal, vielleicht machen wir da was. Ein Kohlekraftwerk. Willst du etwa die Erderwärmung vorantreiben? Nein, ich werde keinen, ich werde einen Staudamm bauen. Du weißt, was das bedeuten kann. Du hast Küstenstädte. Ich auch. Also eine. Ja. Ne, ne. Ich werde keinen Kohlekraftwerk bauen. Ich habe mich dagegen entschieden. Ah, sehr schön. Ja, bei mir, ich baue jetzt gerade auf Geothermie. Also, bald kriege ich auch Fettstrom. An einigen Orten. Ah, können eigentlich mittlerweile Handwerker Offshore-Parks bei mir machen. Muss ich gleich mal gucken. Ein bisschen Strom würde mir in einigen Städten mittlerweile doch gut sein. Schau mal, ich schicke mir so ein Missionarrichter Gandhi hoch. Das könnte ich nicht schaffen. Ob der sich drüber freut. Na, wir werden sehen. Kann ich denn noch was bauen? Fass dich raus. Fass dich raus. Fass dich raus. noch am Expandieren. Expandiere. Das war nicht schlecht. Guck auch gerade, was ich noch so... Oh oh. Oh oh. Was denn? Siedler. Schnell wieder zurück. Oberbaren? Ja. Ui, 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 ui. So mal gar nicht. Oh, kann ich hier irgendwas bauen? Nochmal kein Weltwunder. Schade. Puh. Zum Glück habe ich das gerade noch gesehen. Das war knappe Geschichte. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo vielleicht... Oh, ich könnte den Panama-Kanal machen. Geil, Allah. Komm, ich trete uns zwei Minuten. Okay, also diese Stadt ist ziemlich lustig. Okay, das ist ein bisschen bekloppt. Ich verbinde gerade meinen kleinen See mit dem Meer. Also, das kann man machen, das muss man aber nicht. Aber es geht mir eigentlich mehr um das... Kammer machen muss man aber nicht. Ich baue aber deswegen, weil dann habe ich zumindest ähm, eine Verbindung... Ja, eine, eine, ein Weltwunder wieder gebaut. Eine Verbindung aber auch. Ich könnte einen Sawan bauen. Ah, naja. Na, komm. Ja, natürlich. Was ist das? Ich habe mal einen Start-Start getroffen. Fäse. Wen Fäse? Fett. Fett. Ah, Fäse. Tom Riss. Na, komm. Ich habe sechs gesamte. Platz mir mal der Nei. Zack. Salz gehört es mir. Alles klar. Ich will keine Gesandten sind. Eventuell. Sechs auf Halde. Ja, ich freue mich auch auf die nächsten Städter, die ich dann einfach mal vorn machen kann. Wer kennt das nicht? Das ist schon lustig. Ja, die große Bibliothek von Alexandrien steht neben dem Eiffelturm und der verbotenen Stadt. Wer kennt das nicht? Ja, klaro. Ähm, ich werde dir meine Freundschaft verkünden. Verkünden. Botschaft. Achso, ich kann nur eins in den Bäumen. Okay. Dann erstmal die Botschaft. Ist willkommen. Ist alles gut. Können wir jetzt gerade noch mal warten. Ach, Bananen sind direkt wieder nebendran. Pass, pass, pass. Ah, die Städte müssen hier jetzt erstmal wachsen. Oh, die Golden Gate Bridge braucht hier unten ja ewig. Oh, ein neuer Handelsweg. Ich hab das Barbandorf gefunden. Echt jetzt? Ja. Okay. Direkter Angriff. Der Ligo ist sauer. Perfekt. Die können sogar hier runter. Nach Pyongyang. Die Städte sind noch ein bisschen weisen, aber das kriegen wir auch noch ein. Hoch. Okay. Passt, 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 passt. Alles gut. Oh, ich krieg diesen Ort echt das ist echt nass. Achso. Nein. Warte mal. Ja, Freundschaft. Geht klar. Was können wir denn jetzt machen? Äh, wo sind das? Wo sind denn die Luftwerker, die Allianzen Forschungs Ne, große Persönlichkeit pro Runde. Okay, gut. Die Allianzen haben sich verbessert. Zum Beispiel hier auf Militärallianz 15% Produktionsbonus für Militäranheiten wenn ihr Verbündete im Krieg seid. Okay. Okay, das könnte vielleicht für dich auch interessant sein. Alle 30 Runden schaltet also auf Standard in dem Fall für uns weniger, äh kürzer schaltet ihr ein Heurica frei für eine Technologie die euer Verbündeter bereits erforscht habt. Ihr jedoch nicht. Das wäre vielleicht was. Ah, Moment. Militär Militär Allianz wäre geteilte Sichtbarkeit. Ah, ja, komm. Gönnung. Gönnung. Vorschlag. Hab ich gemacht. Hallo, Shadricks. Ich grüße dich. Shadricks, hi. Und ich hab jetzt auch Fads gefunden wo ich alles reinballer. Also und ich bin dem Indischen Reich be... Achso, wir haben das ja... So, jetzt haben wir ihn kennengelernt und die Sküten. Hallo. Ja, jetzt sehen wir doch ein bisschen mehr, oder? Ist doch wundervoll. Du bist noch in Fads hoffentlich so zerreden, ne? Ja, ähm... Weil wir müssten fast gleich viel haben jetzt. Ich hab mir halt wegen dem Bonus hab ich mir das geholt. Ja. Wie sehen denn die Beziehungen aus? Wer hat wie viele? Kann ich anders sehen? Beeinflusst. Ah, du hast einen mehr als ich. Alles klar. Okay. Nice. Nicer, nicer. Okay. Ah, warte mal. Äh, warte mal. Jetzt kann ich mir... Hier zum Musketier verbessern. Jo, ciao. Boah, bei dir wär... Ach, guck mal. Du hast das Great Barrier Riff unten. Riff. Ja, warte mal. Ach, da. Ja. Och. Wo ist er denn? Du, oder? Den hätte ich ja fast vergessen. Noch ein bisschen. Siehst du? Was ein... Wunder. Ist ja ein Ding, ey. Perfekt. Jetzt... Das ist, finde ich, viel besser, weil jetzt wissen wir, wo was ist, welche Städte was haben, sowas halt. Ja. Oh, Geothermie. Eine Runde. Geil, Allah. Und die anderen werden uns hassen. Wie weit sind denn die anderen so ausgeschüttet? Die haben ja auch noch nicht so schöne Städte, ne? Oh, Gesandten. So, jetzt kann ich nach Pyongyang eine Verbindung machen. Zack. Ich muss nämlich echt ein paar Handelswege machen. Ich kann noch einen Handelsweg machen? Ich habe hier einen. Ist ein Handelsweg kaputt gegangen? Hat jemand sich gedacht, ich überfalle mal deinen Händler? Ne, da oben. Ja, aber das sind doch vier. Drei. Vier. Mir werden aber nur drei angezeigt. Ah. So. Neue Stadt. Die wird jetzt hier wachsen und gedeihen. Und ich kann hier neue... Oh, ich kann endlich einen neuen Weltwunder bauen. Also neue im Sinne von die ich noch nicht habe. Nein, Staudern. Sehr schön. So, nächste Runde werde ich wissen, wo Uran ist. Und dann gehen wir, glaube ich, Richtung, äh, Atomenergie. Niko. Natürlich. Ja. Wir müssen ja irgendwie Strom erzeugen, haben wir doch gesagt. Richtig. Total gange, Alter. Wir schreiben 1812 und wir haben Atomenergie. Und wir haben Flugzeugträger. Ja. Das ist normal. Seit 300 Jahren existieren Flugzeuge, Niko. Seit 300 Jahren. Das ist so doof. Ich habe einen schweren Streitwagen, das wusste ich gar nicht. Du hast einen schweren Streitwagen. Ja, ich muss meine Einheiten mal hier... Ich kann die alle verbessern. Ich brauche nur mal mehr Geld. Aber ich kann dich beruhigen. Ich bin im Militär super schwach. Super schwach. Oh, okay. Ich brauche Hilfe da unten. Sag an wo. Ja, gegen Barbaren. Das passt schon. Okay. Hm. Hm. Könnte ich hier irgendwas sinnvolles machen. Bestimmt. Ach komm. Mach den da. Ich gebe mir mal Mühe. Hm. Sehr gut. Hier ist gleich durch. Hm. Sehr schön. Ich kann jetzt auch... Öl abholen. Ich habe Tabak in der Nähe. So läuft es nicht. Äh. Der Missionar wartet mal noch. Ich schicke gerade vier Missionare zum Gandhi. Da haben wir Gandhi. Mach mal fünf draus. Oh, ich könnte das Eremitage bauen. Eremitage. Was gibt es noch? Ah, Archäologie. Altertumsstätten. Oh, das wird jetzt krass. Ich kann jetzt richtig ausatmen. Wenn ich solche Museen mache und alles mögliche aufsammle. Hm. Kapuas. Okay, ich muss irgendwo... Ich sehe bei dir einmal Alu. Also nicht, dass ich keinen jetzt hätte. Aber... Du hast Öl. Öl. Ah, du hast viel Öl. Mhm. Ich habe jetzt viel Alu. Boah, Vilnius hat ja einen geilen... Der hat ja das richtige Bergkette außenrum. Ja. Du kannst dir vorstellen, was ich mal einnehmen werde. Ähm. Was? Ähm. Also man muss schon zugeben, Vilnius ist okay. Ähm. Als... Binnut. Binnut. Untertitelung des ZDF, 2020